So, markieren wir uns mal lieber die Reichweite vom Kantor, weil das ist der, der wieder doch ein bisschen gefährlicher wird, ähm, oder werden kann. So, okay, na denn, kommen Sie mal her, meine Damen und Herren. Na, an den Kantor komm ich hier noch nicht ran, schade, 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 schade. So, auf die Reichweite kriegt der Bogenschütze mich nicht, dann gehen wir da hin und, äh, ne, jagen dem mal so ein Pfeil ins Gesicht. Ja, der doppelt nicht. Okay, oh, hier ist ne, ich hab die Tür irgendwie komplett ignoriert. Okay. Hm. Ah, das ist alles so risikorecht. Ich weiß, was ich machen möchte, aber es ist halt alles risky. Und risky ist uncool in so einer Situation. Und, äh, dass Sonja da gerade verfehlt hat, ist genauso uncool. Nur mal so. Und das Level Up war genauso uncool. What the Frick. Was zum Teufel, ey. Moment, ich wollte von hier aus feuern. Oh, ne, da kriegt er mich auch noch. Geht. Geht das ja doof. Hm. Hm. Dann machen wir da mal sowas. Auch in Ordnung. Oh. Okay, dann redet ihr beiden mal miteinander, bitte. Katria. Katria. Hey Katria, warte. Ich habe ein present für dich. Oh? Oh. Es ist etwas, was wir in der Shop, aber ich dachte, dass du es möchtest. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist aus einer Ston, die ein Drakon hält, hat sich für drei millennia. Es wird alles, was passiert. Es wird alles, was passiert. Wahrscheinlich. 3,000 Jahre. Du wirst nicht aufhörst, um diesen Nummer zu fragen? Und wenn es das Claim war wahr ist, wäre es nur eine Ston, nicht? Oh. Ja, ich glaube so. Aber Drakons? Drakons? Oh, Est. Ach, Est, du bist super. Est ist grandios. Liebe. Est ist Liebe. Okay. Ich komme nochmal da hin und hier ein bisschen durch den Wald. So. In etwa. Gut. Ich hoffe, dass Michael hier ein bisschen in meine Richtung kommt. Damit ich hier nicht, ne? Komplett außenrum muss. Und den Wunsch erfüllte er mir natürlich nicht. Warum auch? Shit. Das waren jetzt aber ein paar mehr Gargoyles. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Nicht wahr? Nee. Das lassen wir mal schön. Ganz ehrlich scheiß drauf, dann rennen wir jetzt hier halt außenrum. Was soll ja geil sein. So. Äh. So. Äh. So. Und hauen die ihm hier schon... Ja, ihmchen. Haben doch schon mal einen Pfeil ins Gesicht. Damit er mich nicht mehr nervt. Also nicht mehr so sehr. Okay. Damit er mich gar nicht mehr nervt. Ja. Ist schon gut, Leon. Es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid, Leon. Du gibst mir hohe Hoffnungen. Okay. Hier will ich eigentlich eher durch den Wald durch. Als irgendeinen anderen Weg zu nutzen. So. Na denn. Die Gargals sind glücklicherweise wunderbar schwach. Da stellen mich die Angriffe so gar nicht. Und hey, der Angriff für Kamui ist auch sehr, sehr angenehm. Oh. Das ist gerade durch. Das ist doof gewesen. Aber hey. Passt schon. Sonja, du bist lahmarschig. Hat man dir das schon mal gesagt? Schön. Schöner Crit. Gefällt. Das gefällt mir sehr. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Yo. Stör mich mal nicht, ne? Wie ist das? 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 Die Kaffee läuft gerade sehr gut. Das gefällt mir. Wie war das ein Moskito? Wie ist das? Das war bestimmt ein Moskito. Eindeutig. Was sonst? Was sonst? Das war nur ein kleiner Moskito-Stich. Okay. Dann wollen wir doch mal Mikhail angleichen. Mit Sloth-For-Heathens, serving as food for my beasts is an honor greater than you deserve. Ja, ja, du mich auch. Schade. Sehr gut. Immerhin, ein Treffer. Und ein Treffer ist besser als kein Treffer. Nicht wahr? Ja. Ja, wer kümmert sich denn jetzt gerade mal um was? Willkommen, Saber. Schnapp dir mal hier den Acker an. Der hält nicht mehr allzu viel aus. Äh. Dann nimmst du dir mal den davor. Okay. Bowie. Äh. Äh. Einmal auf den Gaggle dort. Danke. Dann können wir den jetzt nämlich mit Sonja ausschalten. Wunderbar. Das klingt doch nach nem guten Plan. So. Gut. Der Gaggle ist weg. Dann kümmert sich Kamui um den, der hier bei ihm steht. Keine Ahnung, wie er da oben rankommt. Ist ihm aber auch vollkommen egal. Er macht das schon. Haha. Er kriegt das schon hin. So. Gut. Dann rennen wir hier jetzt mal ein bisschen durch. Und, äh, hauen ein Pugertief. Meinetwegen auf Sonja. Ja. Jesse. Kümmer dich mal. Ne? Das ist jetzt grad mal dein Gegner. So. Gut. Und hier, äh. Est. Ja, warum nicht? Est. Flieg mal da rein. Mit zwölf Rests. Hältst du ganz gut was aus. Das war kein Schmerz. Hä? Das war ein bisschen weirrt. Okay. Ähm. Theoretisch könnte ich hier noch einen weiteren rauslocken. Und dann soll's das erstmal gewesen sein. Ah, ok. Oh, tschuldigung. Zwei weitere rauslocken. oder sind es jetzt doch noch mehr denke zwar nicht aber ich habe den schleimtypen da vergessen auch ehrlich nervt nicht natürlich verfehlen wir mit nosferatu uncool uncool ok erholung als allererstes mal ich kann noch eine runde miteinander schnacken das nicht schön eine Frage für dich altes Freund du und ich sind über diese Art und ich überrascht, also hast du die ganze Familie verloren ja, ich glaube ich habe und noch immer du bist für dieses Welt, das ist ziemlich beeindruckend natürlich, du gehst die Frau der Priester, aber die meisten Menschen würde es geben, selbstverständlich Ja, vielleicht so. Ich werde sagen, es gibt Zeiten, wenn die Schmerz so schlecht, dass es mich schmerzt. Und das ist, weil ich so glücklich bin, als ich mit ihnen war. Es ist alles ein einfaches Bauch, du weißt? Ich habe gut genug für all die Schmerzen. Auf jeden Fall, ich habe ihn gebeten, also es gibt keinen Sinn, in die Hände zu halten. Ich bin empfiehlt, Valbar. Hm. Gucken wir mal einen an. So einer ist das also. So, komm Leon. Sehr schön. Und, naja, schade. Aber immerhin ein Treffer. Das gab wieder ein bisschen, ne? Es gab wieder ein bisschen Bonus für mich. So. Okay. Hm. Ja, komm. Machen wir jetzt einmal so. Oh, ein Tritt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Damit war es das für den. Sehr schön. Uh, das spart mir einiges an HP. Gut, gut. Das macht das gleiche ganz... Äh, das... Was? Das macht das gleiche ganz... Nein, das macht das Ganze gleich nochmal angenommen. So wollte ich das sagen. So. Ja, whatever. Frisst den zweiten Langsperr. Und dann war es das. Sehr schön. Okay. Ähm. Ja. Wir gehen mal hier runter und warten. Ich bin unstopfbar. Oh. Könnte ich mit Donner doppeln? Ja, kann ich. Okay. Dann machen wir das. Dann nutzen wir lieber den Donner. Um Schaden zu vermeiden. So. So. Okay. Sehr gut. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, hat jetzt auch die Ruachade gelernt vom Lederschild. Das ist auch schön. So. Einmal ein Pugertief. Vielen Dank. Ja. Zum Regen. Ähm. Eigentlich wären wir das am liebsten. Ja. Machen wir. Damit Atlas, äh, noch ein bisschen Erfahrung bekommt. so sehr schön level up ok ok ja und dann heißt es hier mit denen auch nur noch rum um dann von hier drüben aus rein zu kommen ok das kriegen wir hin hättest du wohl gerne wacht vergiss es mann schon wieder so viele was soll das arsch vielleicht kriegen wir jetzt mal ein krit wenn wir haben 16 prozent chance nö warum auch warum sollte das spiel auch mal gnädig zu mir sein geht ja nicht das wäre ja wäre ja zu viel des guten und so so salika heim mal bitte saber so oh was ok wenigstens hat er mich auch verfehlt und jetzt kriegen wir ihn er ist also so oder so tot sehr schön am i reliable or what ja komm mach das mal erst sehr schön sehr schön sehr schön level up es deine level ups sind echt die schlechtesten die ich seit langem gesehen habe so so Leid sie zu mir. Na gut. Er kommt zwar auch noch mit daran, aber... ...das sollte passen. Denke ich. Hoffe ich. War klar. Das war so klar, dass der Paller als Ziel nimmt. Oh. Der kann gegen Leon doppeln. Ups. Naja. Macht aber nur einen Schaden, von daher... ...soll mir das egal sein. Okay. Noch einer. Okay. Wollte gerade sagen, das könnte knapp werden. Aber... ...wenn er verfehlt, dann wird das nicht mehr knapp. Ganz im Gegenteil. So, okay. Das sind zwei Schaden. Ja. Halten wir auch aus. Locker, locker. Locker vom Hocker. Ach ja, und wie sie sich immer noch mit May anlegen wollen. Verstehe ich auch nicht. Naja. Keine Ahnung, wie sie auf die Idee kommen. ...dass das... ...dass das praktisch wäre. Hm. So. Na dann. Schnappen wir uns hier doch mal den ersten Gargoyle. Also den ersten, der noch übrig ist. So.